1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 11. 12. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 16. 18. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, du warst ja gesund, hm? Moment, musst du ein bisschen zurück, 20 cm zurück noch und jetzt Gas, jetzt Gas. Na? Ja, aber schwerer Zeit. Schwierige Pfot. Ja. Also ich bin gerade hier gefahren, bei mir hat so lange gedauert. Ja. Weißt du, du bist jetzt der letzte Gip. Ja, genau. Dafür musst du ein bisschen zurück, dafür... Hast du mehr Grip, ne? Jede Zentimeter ist höher. Ja, ok. Wenn du schon mit dem Hintenrad in der Wurzel bist, brauchst du ein bisschen zurück und dann ich, dann hast du Schwung, jede Zentimeter ist höher. Hier lange, ja.